Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich wollte jetzt mal wieder ein Food Diary auch machen, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie ich mich so in der Schwangerschaft ernähre. Und da dachte ich, bringe ich halt vorweg den Food Haul und dann das Food Diary und ich wollte im Penny einkaufen. Ich will mega, mega selten im Penny einkaufen, vielleicht so viermal im Jahr, weil ich dort meistens nicht alles bekomme, was ich brauche. Ich habe auch diesmal wieder nicht alles bekommen und muss dann nochmal irgendwie Edeka fahren oder so. Aber es gibt dort, es gab da heute ein paar Produkte, wegen denen ich unbedingt in Penny wollte. Die zeige ich euch auch gleich. Und ja, wir starten einfach. Wir können ja mal mit den Dingen anfangen, wegen denen ich überhaupt heute in Penny gefahren bin. Und zwar habe ich heute geholt die Bio-Dinkel-Fusili und Bio-Dinkel-Locken. Ich hatte noch nie Dinkelnudeln. Ich hatte schon Vollkornnudeln, aber noch keine aus Dinkel. Bin also sehr gespannt, wie die sind. Und dann gab es heute das hier. Das sind Krokantriegel. Und da habe ich einmal Cashew mitgenommen und einmal Erdnuss. Da bin ich schon sehr gespannt, wie die schmecken werden. Dann habe ich mitgenommen, das essen Vince und ich sehr, sehr gerne für Manu Snicks. Und zwar sind das Vollkornbratlinge. Und da habe ich einmal diesen Italiano-Mix mitgenommen und den Gartengemüse-Mix. Also das mache ich sehr gerne mal abends oder wenn ich zum Mittagessen mit Vince alleine bin. Dann brauchte ich neues Kokosöl. Und ich hatte sonst das immer aus dem Rewe. Und ich wollte jetzt mal dieses Bio-Kokosöl von Naturgut ausprobieren. Und dann habe ich das hier mitgenommen, mal zum Probieren. Das ist Bio-Knusperbrot-Meerkorn. Es gab auch noch Mais. Das im Hintergrund ist jetzt gerade mein Geschirrspüler. Und das ist Vince auch sehr, sehr gerne. Und das hier ist auch für Vince, obwohl Manu die auch sehr gerne isst. Und zwar sind das solche Quetschis. Und ich habe jetzt auch mal die von dieser Naturgutmarke von Penny mitgenommen. Da sind vier Stück drin. Und ich habe genommen Apfel, Erdbeere mit anderen Früchten. Da gab es noch zwei andere Sorten. Aber ich wollte jetzt erst mal die ausprobieren. So, dann habe ich hier das ganze Tiefkühlzeug. Da habe ich einmal mitgenommen Quarkäuchen. Ich habe mich noch nie getraut, Quarkäuchen selber zu machen, obwohl ich die sehr, sehr gerne esse. Ich habe halt immer was da, was so ganz, ganz schnell geht. Das ist halt meistens, entweder wir sind unterwegs und kommen spät heim zum Mittagessen. Oder ich bin mit Vince alleine, dann koche ich auch nicht so gerne irgendwie größere Sachen. Dann lieber irgendwas, was ich bloß in den Ofen schieben kann. Deswegen habe ich hier einmal Quarkäuchen. Dann habe ich Pizza mitgenommen. Aus dem Grund, wir haben immer irgendwie Pizza da. Manchmal isst einem einfach danach. Und diesmal habe ich von dieser Marke San Fabio. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Penny-Eigenmarke. Und dann habe ich einmal Steinofen-Pizza Spezial mitgenommen. Die ist für eine Mahnung, weil da ist zum Beispiel so Salami drauf und so, was ich ja gerade nicht essen kann. Und die hier ist für mich Pizza Rucola e Pomodorini. Die ist mit Mozzarella, Rucola und Kirschtomaten. Dann habe ich hier nochmal einmal ganz normal Buttergemüse. Und für abends, wenn der kleine Hunger mal kommt, Würzfleisch. Da hatte ich jetzt irgendwie mal Lust drauf. Ich habe einmal Geflügel mitgenommen und einmal mit Schwein. Dann hier drüben habe ich einmal Schinken mitgenommen von Finesse. Brikadellenbällchen, auch hauptsächlich für Vincendi. Und Hackfleisch habe ich mitgenommen, weil wir wollen Chili con carne machen. Dafür muss ich aber den Rest, wie gesagt, noch holen. Das habe ich jetzt nicht so in Penny bekommen oder nicht gefunden. Weil wenn man nicht oft in einem Laden ist, findet man auch vieles nicht. Dann habe ich auch nochmal hier solche Quetschis mitgenommen. Das sind jetzt die Squetsch von Schwartau. Die kenne ich noch nicht und die wollte ich mal ausprobieren. Dies ist jetzt hier Apfelmango und Apfelbanane. Dann habe ich einen Joghurt für mich. Und zwar ist das hier Heidelbeere. Einen Exquise habe ich mitgenommen. Der ist für Manu bzw. für Vince. Den essen die beide sehr gern. Ich kann dem nichts abgewinnen. Und da habe ich jetzt mal mild und aromatisch mitgenommen. Die beiden Joghurts sind für Manu. Die mag der ganz gern. Hier sind mit diesen Knusperflocken und die hier mit diesen Zetti Schokoladenplätzchen. Dann haben wir hier noch Joghurt für Vince. Habe ich einmal den hier mitgenommen. Ja, im Endeffekt wie Fruchtzwerg. Nur, dass nicht Fruchtzwerg draufsteht. Einmal Mousse-Schokolade für mich. Manchmal, also das nehme ich mir auch so einmal im Vierteljahr mit. Dann das hier. Das wollte ich mal probieren, ob Vince das schmeckt von Leckermäulchen. Diese kleine Grießmahlzeit. Macht sich auch gut für den Kindergarten. Ich wollte mal gucken, wie gesagt, ob ihm das schmeckt. Habe ich hier noch zweimal Milch. Milch brauchen wir relativ viel. Ich habe jetzt noch drei Packungen noch da gehabt und habe lieber noch zwei mitgenommen. Dann brauchte ich einfach ganz normalen neuen Ketchup. Dann habe ich hier das Brot, was ich mitgenommen habe. Einmal hier hinten ganz normalen Vollkorn-Toast für Sandwiches. Das ist das Brot für Manu. Also ich werde es auch mitessen, aber hauptsächlich für Manu. Und zwar habe ich hier so Roggenbrot mitgenommen. Weil ich mir das hier mitgenommen habe. Eiweißbrot schon fertig geschnitten. Ich hatte das Eiweißbrot aus dem Penny noch nie und bin gespannt, wie das so schmeckt. Dann habe ich hier noch zwei Gurken, Bananen, Äpfel, diese Physalis. Die isst Vince unglaublich gerne und die machen sich halt auch super für den Kindergarten. Dann hier bloß noch so ein bisschen Salzstangen. Und das hier liebe ich total. Und das war im Angebot von Dr. Edgar diese Schokolava-Törtchen. Die sind mega geil mit diesem flüssigen Kern. Sind auch super einfach zu machen. Und das ist, ich habe gerne sowas da, wenn dann halt mal spontan Besuch kommt oder so, gerade nachmittags, dass man sowas mal schnell in den Ofen hauen kann. Und dann habe ich noch ein bisschen Non-Food. Die Sachen hatte ich nicht geplant zu kaufen. Die sind mir so in die Hände gefallen. Zum einen ganz unspektakulär solche Scheuerschwämme. Einfach weil ich neue brauchte und mich letztens beim Einkauf vergriffen habe. Da habe ich so einen einzelnen großen mitgenommen. Der macht sich ungünstig. Und deswegen habe ich jetzt die mitgenommen. Dann habe ich hier solche neuen Kuschelsocken, weil ich die jetzt natürlich so im Winter sehr, sehr gerne anziehe. Und einige sind einfach nicht mehr schön. Durchs viele Waschen sind die dann eben nicht mehr so weich. Und da wollte ich die jetzt mal einfach aussortieren und gegen neue ersetzen. Und dann habe ich gefunden, diese Kinder-Mikrofaser-Kuscheldecke. Die ist wirklich sehr, 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 sehr weich. Und hier hat sie noch so ein bisschen, naja, so ein Lammfell-Imitat. Und die ist jetzt grau mit weißen Sternen. Ich drehe es mal um, da seht ihr das besser. Und dann ist die noch grün mit so Schäfchen, weil ich es sehr gerne neutral halte. Und ich fand die super, super süß und schön. Und die war nur 13 Euro. Ja, das war es auch schon. Das war mein Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn wie gesagt, irgendwie in den nächsten Wochen oder so wird dann auch noch ein Food Diary folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.